Kollegen, Kollege, Kollege, hallo, wo ist die Waffenkammer? Ja, die suche ich auch gerade. Ja, kommt mir, ich zeig sie. Ja, ich hoffe, dass wir morgen den Westen haben. Dann haben wir hier. Ich habe mir mal ein paar Handschellen rausgeholt. Ich hoffe, das ist okay. Immer zu lange, immer zu lange mit den Handschellen. Ja, habe mir ein, zwei Stück rausgeholt. Ein, zwei Stück. So, jetzt muss ich nur noch mein privates Fahrzeug irgendwo ausparken gehen. Ah, eine riesige Schlange. Das ist aber schön zu sehen. Dann doch wohl nicht etwa mit einem Regierungs-Privatauto abzuholen, ne? Was sehe ich denn da? Äh, ne, ich wollte nur tunen, alles gut. Okay, dann nehmen Sie das Auto gleich wieder mit, ja? Können Sie das Polizeiauto wegfahren? Ja, mache ich sofort. Hallo, hallo, was soll das? Sie sind Officer, fahren Sie mal raus. Ja, alles gut, ich wollte mich nur anstellen, alles gut. Ja, die Schlange ist draußen, Bruder. Ja, ich wollte mich nur anstellen zum tunen. Ja, draußen. Hä, warum nicht hier? Weil alle anderen draußen anstehen. Die stehen hier schon länger als du und du fährst hier einfach rein. Ja, aber ich bin YouTuber, ich darf das. Egal, was soll ich denn das erzählen? Nein, ich darf das. Sie haben gesagt, ich darf mich vordrängeln. Ja, nichts darfst du. Doch. Nein. Doch, wirklich jetzt. Geht mir mal nicht auf die Eier und haut ab. Du hast hier keine Sonderrechte. Entschuldigung. Entschuldigung. Hör doch mal auf, Digga, wie unlustig. Wie lange brauchen Sie noch zum Tunen da drinne? Das tut ja auch nichts zur Sache so. Sie stellen sich ganz hinten an. Warum hörst du dich an wie ein Mann? Warum hörst du dich an wie ein Mann? Hör mal auf, mich anzuschreien, Mann. Warum hörst du dich an wie ein Mann? Warum hört die Dame sich an wie ein Mann? Warum hört die Dame sich an wie ein Mann? Warum hörst du dich an wie eine F***, Digga? Oha. Fragen über Fragen. Oha, chill mal. Ja, fahr jetzt raus. Ich kann elfjährige unterhalten damit, aber nicht uns jetzt. Geh bitte raus. Hey, sei doch nicht so. Ist das deine Garage? Oh, warte mal, warte mal. Der Fahrer, guck mich mal bitte an. Warte ist. Kommt dir das bekannt vor? Ich glaube schon, oder? Bah, ist ja ekelhaft. Das ist so unlustig, Digga. Es ist einfach... Es ist das erste Mal nicht lustig gewesen. Das wird auch die nächsten 100 Male nicht lustig sein. I doubt it. Er hat mich provoziert. Er hat mich provoziert. Mach das woanders. Du provozierst dir die ganze Zeit, weil du denkst, du wärst irgendwas Besseres, Digga. Aber du bist die Sch*** unter meinem Schuh. Ja, jetzt hör mal auf zu meckern. Sieh zu, dass du dich abmachst, Junge. Oh, wie. Hallo, ich hab doch die Bestätigung bekommen, dass ich mich vordrängern darf. Gar nichts hast du. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer. Wem hast du denn die Bestätigung bekommen? Gar nichts bist du. Du, du arbeitest bei Tipico, sei mal leise. Ich geh jetzt raus. Ich hoffe, du kriegst einen reifen Platzer bei 300. Jetzt fahr weg. Ja, ist hier durch. Alles gut, mach weiter. Ah, super. Jetzt kann ich endlich mein Auto tunen. Na also. Super, und bewiesen, dass du einen kleinen Sch*** hast, hast du auch noch Dreckig. Ja, jetzt hör doch mal bitte auf zu heulen. Ja, ich will jetzt mein Auto tunen. Ja, er denkt halt, er hat auch Sonderrechte. Er denkt halt, er wäre es. Aber er ist halt immer. Pst, beruhigt euch jetzt. Lass mich einfach tunen und gut ist. Hey, ich hab keine X-Beine. Chill doch mal. Okay, du hast O-Beine, du Krüppel, Digga. Warum soll ich hier in Ruhe lassen? Lass dem Mann doch mal um den Auto zu tunen jetzt. Wer fährt hier vor und dringelt sich vor? Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich war erst da. Ja, was macht ihr jetzt überhaupt hier alle? Sie haben hier überhaupt nichts zu drinnen zu suchen. Raus hier. Ist mir sch*** egal. Die anderen Leute stehen dort seit 10, 15, 20 Minuten. Ja, Pech gehabt. Ja, okay, ich klär das. Nein, sie gehen mal rauf. Sie haben hier gar nichts zu klären. Das Ding ist, du denkst halt, du wärst witzig oder so. Ich will doch gar nicht witzig sein. Ich will mein Auto tunen. Ja, mach doch mal genau das gleiche wie die anderen auch, Digga. Nerv doch nüch. Nerv doch nüch. Geh jetzt. Hau ab jetzt. Geht jetzt bitte mal alle raus hier. Es ist vorbei hier. Jetzt fertig. Ja, alle mal bitte. Der hier hat bewiesen, dass er einen kleinen Sch*** hat. Ja, ist gut jetzt. Komm runter. Krieg dein Ego nächstes Mal woanders hin, Digga. Es nervt mich. Komm runter, Tipi-Koarbeiter. Geh jetzt. Ja, komm runter, Digga. Mach Abzug. Komm, mach Kopf zu, geh. Ja, mach du Abzug, Junge. Komm, hau ab. Wertloses Stück Sch***e, Digga. Komm, zigg ab jetzt. Du wertloses Stück Sch***e. Mach Kopf zu, hau ab. Ja, komm. Ich brauche hier nicht weg. Komm, geh. Geh raus jetzt. Komm, tschüss. Ja, ja. Kannst du meinen Nuckeln, Junge. Mach das Garagentor hinter dir zu, wenn du gehst. Kannst du ja machen, wenn du gleich rausfährst. Nee, ich brauche noch eine Weile. Die Farbpalette ist doch schon ganz schön groß hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geil, Digga. Solange du hier kaufst, ist alles schön. Ja, ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Welche Farbe. Die sehen alle gut aus. Geld landet dann am Ende nämlich nicht bei dir, sondern bei mir. Alles gut. Was würdet ihr sagen? Pink? Oder... Aber was, Bruder? Wir lassen die jetzt in Ruhe. Hat genug Aufmerksamkeit bekommen. Mach Garagentor hinter dir zu, habe ich gesagt. Deine Fresse sei nicht so frech. Hör auf zu heulen. Mit dem Haarstellen würde ich nicht so frech sein. Meine Haare sehen gut aus. Chill mal. Guten Abend, der Herr. Ja, guten Abend, hallo. Ähm, das hier ist nicht der Puff, ne? Der Puff ist eigentlich woanders. Alles gut, Kollege. Ich bin der Besitzer von hier. Alles gut bei dir? Warst du alles soweit? Ja, der Herr hat mich ein bisschen dumm angemacht, aber... Ja, das kommt davon, wenn man sich hier vordringt, ne? Ganz, ganz kurz. Alles gut, Chilo. Ich will einfach nur die Farbe ändern und die machen mich hier dumm an von der Seite. Ja, und die anderen alle nicht. Ja, ich bin doch schnell fertig. Chill. Alles gut, Kollege. Sind sie ja extra bewusst, dass sie einfach so reinfahren können und einfach nicht warten müssen wie die anderen? Ja, ich hab gefragt. Die haben gesagt, ich darf das. Nein, also ich hab das nicht gesehen. Die Rettungsschwimmer haben gesagt, ich darf das. Du darfst das. Ja, jetzt nur, weil ich halt schnell bin. Ich beeil mich doch. Weil die Rettungsschwimmer das gesagt haben, also das heißt, ne? Du verstehst ja, was ich auch gerade sage. Ich weiß auch, wer du bist. Soll ich mal kurz dann über die Rettungsschwimmer kurz mal drüber reden und dann schauen, ob du nochmal so reinfahren darfst? Ja, hä, mach doch, aber ich hab hier meine Sachen gesagt bekommen. Ich verstehe das, aber... Ist jetzt nicht mein Problem. Tut mir leid. Sicher? Ja, komm jetzt, geh, nimm deine kleinen Kumpel mit und mach das Garagentor zu und lass mich hier die Farbe ändern. Digger, nur weil du zwei, drei hier irgendwie denkst, sollen wir kurz offen reden? Ja, was meinen sie mit offen reden? Hören sie auf, mich hier dumm anzumachen. Was willst du jetzt denn? Komm, alles gut, alles gut. Komm, wir lassen den mal kurz. Der wird schon ein paar schon. Mach das Garagentor zu. Hau ab. Pistig, du F***er jetzt, ne? Fress du die X-Beine, Digga. Geh schön einkaufen hier. Ich hab keine X-Beine. Mach die sch*** Garagentür zu. Mach das Tor zu. Zieh das Tor runter. Hau ab jetzt. Ich hab noch nie so einen Opfer gesehen, Digga. Ja, ich warte jetzt einfach mal 30 Minuten. Mal gucken, wann die wieder hier reinkommen. Ich könnte auch einfach antäuschen, dass ich fertig bin. Und dann bin ich doch nicht fertig. So, ich bin fertig. War doch nicht so schwer. Ja, ich bin doch noch nicht fertig. Jo, Bro. Hallo? Was ist los? Alles gut? Alles gut. Willst du nochmal was verändern? Ja, ich bin hier am gucken. Die Farbpalette ist halt relativ übergroß. Ja, gar kein Problem. Lass dir Zeit, wie gesagt. Alles gut. Ja, top, top. Und zieh das Tor zu hinter dir. Irgendwann später. Hallo, der Herr. Ja, hallo. Wie lange brauchen Sie denn noch? Weiß ich nicht. Dauert noch ein bisschen. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem Matt-Schwarz, Metallic-Schwarz, Normal-Schwarz oder Nacht-Schwarz. Aha. Jo, was denkst du? Wie lange wirst du noch brauchen? So 10, 15 Minuten maximal. Passt so weit alles, Bro? Alles okay? Ja, alles gut. Alles gut. Super, sehr gut, sehr gut. Kannst du mir vielleicht eine Limo bringen? Mach da Tor zu. 20 Minuten später. So, ich bin fertig. Achtung. Ja, viel Spaß. Tschüss. 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 Ich bin fertig. Achtung. Ah, ich habe vergessen. Nervt doch nicht. Ich habe vergessen, den Spoiler anzupassen. Sorry. Ja, aber die Schlange ist auf einmal so klein geworden. Ich glaube, die sind alle zum anderen Tuner gewechselt, ne? Die sind alle zum anderen Tuner gefahren. Ah, ich bin wirklich fertig. Tschüss. Ja, hier steht auch im Weg. Die Schlange war doch viel länger. Oh. Da waren doch irgendwie fünf oder sechs Autos am Stehen. Die sind alle zur anderen Tuning-Werkstatt gefahren. Und zwar Safe Call die hier unten. Und zu der Werkstatt fahren wir jetzt runter. Oh, nee. Keiner hier. Schade, ey. Ist doch keiner hier. Verdammt. Wo können die denn sonst noch hin sein? Wenn die nicht mehr hier tunen, wo können die sonst tunen? Hier nicht? Hier nicht? Wie? Wie? Connection lost? Wie? 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 Ich habe kein Internet mehr. Ich war doch gerade dabei zu tunen. Ja, der Server ist wieder da. Die Tuning-Garage ist ja leer. Das ist meine Chance, erneut meine Farbe des Autos zu ändern. Ey, was machst du? Entschuldigung. Entschuldigung, wie lange brauchen sie noch? Entschuldigung, warum fahren sie gegen mein Auto? Wie lange brauchen sie noch? Sie fahren gegen mein Auto, was soll das? Ey, sorry Bro, aber der hat meinen Platz geklaut. Ich war ja eigentlich Erster. Ja, das stimmt, ja. Du hast recht. Kannst du mal mit dem reden? Nee, Bro, brauchst du noch länger? Ey, kann ich mitfahren? Ja, komm, steig ein. Alles gut. Ich gehe kurz. Ich gehe kurz. Ich bringe den Jungen weg. Alles gut. Ich gehe kurz den jungen Mann wegfahren und dann komme ich wieder. Wo wollen sie hin? Äh, egal. Ich fahre mal mit ihm. Ach, egal wohin, ja? Egal wohin. Nein, 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 nein. Nee, also wenn sie jetzt gleich links fahren, das wäre ein bisschen unab... Nein, 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 nein. Äh, ich weiß nicht. Muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob ihr das so möchtet. Nein, ähm. Sag mal so, muss nicht sein. Muss nicht so sein, ne? Sag mal, seid ihr zu zweit? Nee. Doch, ich höre den. Junge, ich höre den, als ob der an deinem Mikro sitzt. Was ist das? Ähm. Ähm. Raus jetzt. Warum? Aussteigen. Äh. Ich warte jetzt noch, bis er hochkommt. Da läuft die Ratte. Da wird jetzt hier die Leiter hochkommen. Film, bitte helf mir. Oh. Warum lebt er wieder? Bitte, für Schmieröl. Für Schmieröl. Problem gelöst. Zurück zur Werkstatt. Ich wollte ja noch meine Farbe ändern. Ah. Mensch, was eine lange Schlange hier. Dürfte ich mal kurz rein? Ach, der Ehrengast. Entschuldigung, könnten Sie, könnten Sie schneller machen? Könnten Sie ein bisschen schneller machen? Ja, ja, da gibt es nicht Mühe. Sie sind gleich dran. Alles gut, lass ihn. Nein, 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 Bruder. Schiro, alles gut, alles gut, alles gut. Äh, gibt es hier ein Problem oder so? Mach da Tor zu, wenn du rausgehst. Nee. Ja, dann muss ich leider aussteigen. Dann steig aus. Ach so. Ich nehme sie mit. Ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Ich gehe jetzt, ja? Ja, ist der entfesselt? Ich weiß es nicht. Nee, der ist gefesselt. Komm. Ah. Das ist natürlich doof. Alles gut. Ich komme heute nicht wieder. Ich denke schon, bis gleich. Nein, ich komme echt nicht wieder. Reicht auch. Oha. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, stopp, stopp. Anhalten, anhalten. Stopp, stopp. Hey, they're shooting, they're shooting. Das ist der Cop, vorweg. Schnappt ihn euch doch. It's the Cop, it's the Cop, it's the Cop. No, 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 you wait now, you wait. Hallo. Why are you speaking English? Ich bin Deutsch, Bruder. Ja, du wartest jetzt, anhalten. Junge. Stopp. Anhalten. Aussteigen. Aussteigen. Okay. Was habe ich falsch gemacht? Stopp, bitte nix. Oha. Oha. Ey, Jungs. Shepard, Shepard, Shepard. Shepard, ja. Shepard, Shepard, ja. Bock auf Shepard. Ey, weiterum fahren, du hast knallt. Weiterum fahren, du hast knallt. Oha. Oha. Okay, 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 okay. Pause. Spielstopp. Der hat eine Vollautomaten. Der hat eine Uzi. Der hat einfach mit einer Uzi geballert. Der ist verrückt, der Typ. Oha, die sind verrückt. Die sind alle verrückt. Oh, yo. Die sind vollkommen crazy. Abo. Ja, okay, ist gut. Hallo, reicht doch. Das ist gar nicht gut. Oh, mir geht es nicht gut. Ja, okay, reicht. Mir geht es überhaupt nicht gut. Oh, ich habe einen armen Unschuldigen mitgenommen. Oh nein. Ich werde jetzt weggescheppert. Ein paar Sekunden. Oh, okay, reicht auch, ja. Muss nicht sein. Ich gehe. Tschüss. Nehmen wir doch einfach mal so ein gepanzertes Fahrzeug. Der ist einfach super stark, der Wagen. Der kann alles weg. Wegpitten. Wie krass. Oha, oha. Oha. Hören Sie auf. Es reicht. Aussteigen. Hallo, nein. Der hat gerade mein Auto geklaut. Bitte helfen Sie mir. Bitte. Aussteigen. Der hat gerade mein Auto geklaut. Aussteigen. Ich steige aus. Ich steige aus. Ich steige aus. Hallo, bitte helfen Sie mir. Ja, ich habe schon gesehen das Problem. Das ist wirklich sehr. Steigen Sie ein. Dankeschön. Hey, kommen Sie mal her. Steigen Sie mal aus. BMW-Fahrer. Kommen Sie her. Ja, kommen Sie her. Kommen Sie her. Wir parken mal hier und wir klären das. Parken. Komm her. Für den Laptop ist von deiner Mutter. Mach ich alles, Homie. Oha. Komm, steig aus. Wir klären das jetzt. Komm, komm, komm. Wir machen das. Ich liebe dich. Ich grüße. Ich grüße. Oh mein Gott. Ich grüße. Zwei Zyklen. Du bist ja best. Ich leck deine Eier. Der ist irgendwie ein bisschen dumm, glaube ich. Hallo? Kann ich irgendwie helfen oder? Ja, hallo. Hallo? Ja, was ist denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Alter, ich schwöre, ich liebe dich. Ich grüße. Ja, dann komm her. Du hättest 500k. Ich hab 500k zu verschenken. Komm her. Bitte, wenn du bist. Hör auf zu atmen. Komm her jetzt. Tut mir leid. Du. Alter, du bist der geilste. Ja, sie sind hiermit offiziell verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Natürlich, natürlich. Alles, was sie sagen. Kanon wird. Kanon wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ja, ich bringe sie jetzt ins Gefängnis. Kein Problem, Herr Besser. Du bist ein Herrscher, ein Meister. Ich, du. Boah, Digga, du bist geil, gell? Bitteschön, ich hab ihm gern geholfen. Wie alt bist du eigentlich? Jetzt hör auf zu atmen. Ich grüße mich. Dann grüße ich. Dann grüße ich. Dann grüße ich. Dann grüße ich. Dann grüße ich noch. Dann grüße ich noch. Ey, bitte. Bitte mach das nicht. Bitte. Ich geb dir alles. Ich geb dir wirklich alles. Ich beweise dir jetzt 5 Euro auf Paper, wenn du es nicht machst. Bitte. 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 5 Euro. Denk an die 5 Euro. Denk an die 5 Euro. Ja. Ich musste nicht mal schießen. Der ist halt einfach gestorben, weil er gesprungen ist. Der dachte, der überlebt. Aber er ist einfach verreckt. Ja gut. Keine Kugel verschwendet. Das ist doch mal super. Zurück in den Staatsdienst. Oh. Ich bin kein Müllmann wie ihr. Boxkampf. Komm. Boxkampf, Junge. Mach Boxkampf, du. Herr Polizist, sehen Sie nicht, dass der Typ uns überfährt? Der Typ hat gegen die Müllmänner gearbeitet. Das ist doch eigentlich mein Job. Sorry. Oh. 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 Ne, ich wollte ihn eigentlich nur die Eier retten. Habe ich gern gemacht. Kein Problem. Dankeschön. Was? Niemals. 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 Oh mein Gott. Ey, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Jungs. Jungs. Wollt ihr ein bisschen Geld? Kommt mit. Ich habe zu viel. Ja, bitte. Ja. Bitte. Ich küsse deinen Herrn. Ihr seid doch hart arbeitende Müllmänner. Hä? Bist du doch echt. Du bist echt, oder? Herr, will der andere nicht? Ich habe wirklich zu viel. Ich vergebe das heute. Ey, bitte. Bitte, bitte. Bitte, gib mir Geld. Bitte. Oh mein Gott. Winkler, bitte. Wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag, weil ich laufe heute die ganze Zeit rum und suche Leute, die hart arbeiten, um Geld zu verdienen und geben denen mehr. Könnt ihr bitte ein bisschen, warte mal, bleibt mal stehen. Jeden Tag eine gute Tat. Arbeitet bitte immer fleißig weiter und vergesst nicht, wenn ihr drei Stunden am Stück arbeitet, kriegt ihr eine Lohnerhöhung. Ich glaube, was jetzt auch noch mega smart wäre, wenn ich mir einfach ein zusätzliches neues Auto kaufe, die Scheiben bei der anderen Tuning-Werkstatt komplett schwarztöne und mich dann nochmal vordrängeln. Ich glaube, das würde die richtig, richtig sauer machen. Dann gucken wir doch mal nach, ne? Eine Minute, 37 Sekunden später. So, ich habe jetzt ein neues Fahrzeug gegönnt, ja. Aber ich glaube, das ist ein Drift-Auto. Ich habe einfach ein Drift-Auto gekauft. Oh mein Gott. Es ist einfach ein Auto mit vorinstallierten Drift-Eigenschaften. Was habe ich hier gekauft? Verdammt. Um Gottes Willen. Was habe ich mir hier nur angetan? Naja, schnell zur Tuning-Werkstatt. Ach, hier ist auch eine Schlange. Ich drängel mich jetzt einfach vor. Ganz dreist. Er ist schon ausgestiegen. Jetzt wird er sauer. Kollege, fahr mal hier wieder ganz schnell raus. Oh, drängel, brauchst du die, ne? Kollege, verpiss dich mal jetzt hier. Hör auf zu heulen. Nee, verpiss dich hier. Nee, ich bin jetzt dran. Ja, du wirst schon sehen, was du davon hast. Hm, okay, okay. Oh, no, no, no. Sie sind beschuldigt einer Straftat. Sie haben das Recht zu schweigen. Ja, warte ruhig ab. Mach weiter so. Hm, sie haben kein Recht auf einen Anwalt. Kommen Sie ruhig rein. Setzen Sie sich ruhig hier rein. Alles gut. Oh, er ist fertig. Er ist fertig. Nein, falsche Seite. Oh, ich habe es also doch noch geschafft. Digga, du bist so ein... Ah, komplett dunkel. Top. So, und jetzt mit komplett schwarz getönten Scheiben zur anderen Tuning-Werkstatt und mich vordrängeln. Also, wenn die jetzt nicht irgendwie 500 IQ haben und sich meine ID gemerkt haben, dann werden die niemals checken, dass ich hier drin sitze und die werden sich denken, aha, schon wieder so ein dreckiger Drängler. Oha, diese Schlange, Junge. Der Herr, bitte zurückfahren. Mensch, du f***ing Kopf. Verpiss dich da hinten mal von mir. Raus, der Herr, bitte raus. Der Herr, zurück. Raus. Raus hinter den Anstrengel, bitte. Oh, verdammt. Ich muss noch tanken. Ich sehe jetzt erst, mein Tank ist fast alle. Oh, das könnte problematisch werden. Nee, das ist gar nicht gut. Ich, ähm, muss mal ganz kurz. Späte. Oh, das sieht doch wunderbar aus. Der Herr, bitte zurück. Lege, fahr mal bitte raus. Fahr mal bitte raus. Ich darf nicht reden. Ich darf kein Wort sagen. Nee, bitte zurückfahren. Digga, hör doch mal auf. Entspann dich, du nervst. Fahr bitte raus. Tu mir den Gefallen. Bitte zurückfahren. Ich bedanke mich. Junge, die haben ja wirklich Bodyguards. Hä? Diese Tuning-Garage hat ja Bodyguards. Türsteher. Hä? Er kommt raus. Zurück. Oh, ich hab's geschafft. Schon ehrenlos. Ist schon ehrenlos, Junge. Der Herr, zurück. Raus. Entschuldigung, die Polizei jetzt. Das klappt. Was kann man denn hier so tunen? Frage ich mich gerade. Oh, oh, das ist toll. Das nehme ich. Aber sofort. Was macht der eigentlich die ganze Zeit, dieser komische Türsteher? Steht der etwa stundenlang den ganzen Abend vor dem Eingangstor und macht dieses Bodyguard-Emote und der sagt dann den Leuten, nicht vordrängeln. Raus hier. Der macht halt wirklich nichts anderes, ne? Krass. Das ist ein Einsatz, den ich auch beim PD gerne sehen würde. 20 Minuten. Herr, wie lange brauchen Sie noch? Bitte melden. Ja, ja, so 5 bis 10 Minuten. Hör mal, Sie kommen hier schon selber angedrängt stehen und dann noch mal 10 Minuten. Ja, vielleicht auch 15. Sind Sie denn angemeldet, dass Sie so lange hier sein dürfen? Mhm. Mit welchem Namen? Schulter. Chef, ist der Schulter angemeldet, dass er hier länger als 10 Minuten stehen darf? Also, es ist ganz nah. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Das war die letzte Nacht noch. Der meint, der drängt hier rein und dann steht er schon seit 10, 15 Minuten hier drin. Ein Ei, vier Zigaretten, eine Übung Profen, dazu ein Rosierbrüchchen mit Leberwurst. Yo, Kollege, wäre nicht schlecht, wenn er ein bisschen Gas gibt, ja? Ich darf nicht reden, der kennt meine Stimme. Hörst du mich? Hallo. Der kennt mich, ich darf nicht reden bei ihm. Oh, oh. Kollege, hallo. Okay, der macht weiter. Ja, der ist gleich fertig, alles gut. Hahaha, das denkt ihr? Nein, nein, ich habe den ganzen Abend Zeit. Es ist Freitagabend. Hahaha. Hier drängelt ja noch jemand. Eine Stunde später. Herr Schulze, haben Sie es bald? Ja, wie bitte? Also ich wollte nicht Sie bedrängen oder so, aber die Zeit läuft auch nur rund. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, also, na, kann auch 10 Minuten dauern, so. Nochmal 10 Minuten? Ja, vielleicht auch 15.